Was ist die Verbindung zwischen Morgenkrankheit und Fehlgeburt? Die Hauptverbindung zwischen morgendlicher Übelkeit und Fehlgeburt besteht darin, dass Frauen, die während der Schwangerschaft unter Übelkeit und Erbrechen leiden, ein geringeres Risiko für einen Schwangerschaftsverlust haben. Frauen, die absolut keine Krankheit haben, haben ein leicht erhöhtes Risiko für eine Fehlgeburt im Vergleich zu Frauen mit schwerer bis mäßiger Übelkeit. Der Grund, warum dies so ist, ist nicht vollständig verstanden, da niemand genau weiß, was die morgendliche Übelkeit verursacht. Es gibt verschiedene Theorien, warum morgendliche Übelkeit und Fehlgeburten selten zusammenpassen. Die erste ist, dass Krankheit in der Schwangerschaft ein Anzeichen dafür ist, dass die Hormone schnell ansteigen und Reaktionen im Körper der Frau hervorrufen. Ein Mangel an normalen Schwangerschaftssymptomen wie Übelkeit kann ein Anzeichen dafür sein, dass die Hormonspiegel nicht so steigen, wie sie sollten. Diese Hormone, hauptsächlich Progesteron und Östrogen, sind notwendig, um die Menstruation zu verhindern und eine gesunde Schwangerschaft zu unterstützen. Ein Mangel an diesen Hormonen kann dazu führen, dass der Körper nicht merkt, dass er schwanger ist, und die Schwangerschaft spontan abbrechen. Eine andere Theorie über die morgendliche Krankheits- und Fehlgeburtsrate besagt, dass Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft ein Weg der Natur sind, um sicherzustellen, dass die Mutter nichts Schädliches ist. Erbrechen kann auch dazu beitragen, den Magen von potenziell schädlichen Erregern zu reinigen. Diese Theorie wird nicht hochgestützt, zum Teil weil eine Frau oft krank wird, wenn sie daran denkt, gesunde Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und Junkfood gut zu ertragen. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der morgendlichen Übelkeit und einer Fehlgeburt besteht, ist nicht vollständig bekannt. Normalerweise gibt es keine bestimmte Anzahl von Krankheiten, die als gesund oder ungesund angesehen werden, solange die Mutter ihren Körper noch essen und nähren kann und nicht dehydriert wird. Abgesehen davon haben Frauen Übelkeit in der Schwangerschaft auf verschiedenen Ebenen und Zeiträumen ohne erkennbaren Zusammenhang mit der Schwangerschaft. Es gibt jedoch viele Frauen, die überhaupt keine morgendliche Übelkeit oder Übelkeit haben und weiterhin gesunde Babys haben. Wenn die Hormon-Theorie zutrifft, ist es möglich, dass diese Frauen einfach besser auf den Anstieg der Hormone reagieren als die meisten anderen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass diese Frauen gesünder essen und riskante Lebensmittel und andere Substanzen meiden und möglicherweise weniger Schutz vor Erbrechen und Übelkeit haben müssen. Es kann auch sein, dass das Baby oder die Platzen da Hormone oder Enzyme produziert, die dazu führen, dass einige Frauen krank werden und andere nicht.